Also, ich hab keine Probleme. Erst am Donnerstag, wo ich Nachmittag hab. Aber andere Geschichte. So, dann, nach diesen weltbewegenden Informationen aus meinem Privatleben, geben wir dem Kerl doch mal... Yes, Schurke. Ey, du bist ein Dudu-Nutte. Ich bin kein Schurke. Das ist meine Klasse. Okay, dann geben wir ihm doch mal diesen unmarkierten Brief und zacken unsere Quest-Belohnung ein. Perfekt. So, äh, was will denn der jetzt noch? Speak to League Keeper, Velania, At the West, Sanctum und Eversong, Woods. Ja, von mir. Oh, ich krieg' nen selber Link. Und 450 XP. Ach, das ist klasse. Okay, wenn mir jetzt noch einer sagt, wo ich hin muss, ich glaube, ich muss wieder in ein Dorf. Okay. Und so sieht das eigentlich ganz lustig aus. Naja, ähm... So, wo muss ich hin? Ja, das war mir wieder klar. Ja, genau, genau. Immer dieses Talker hier, ne? Da. Wer sonst heute einen so derwe verarschen wollen. Naja. Das kollert irgendwas, Lynx Beat. Oh, wohl irgendwie Schnitzel oder sowas. Yay. Schnitzel-Time! Weil ich sagen muss, die Struktur von den Gebäuden hier, ja, gefällt mir nicht so ganz. Ne, ich glaub, das ist nicht das richtige Wort. Sie ist nicht unbedingt vertrauenerweckend. Sagen wir's so. Naja. Objektiv ist eines. Mal, irgendwas. Ach, da hinten sind schon ein paar Inter... Äh, ein paar so... ...Tussen halt, ne? Ähm... 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 Ja, der bettelt hier irgendwie so oder so. Wretched, elender, captive. Genau, was ist das denn so? Achso, ich muss ja irgendein... Höh... Wir müssen jetzt bitte schön hin. Ach, ich muss ganz woanders hin. Ja, ist ja mal wieder ganz klasse. Na, grandios. Ja, allzu viel fehlt uns jetzt hier nicht mehr. Ich hab die Hälfte schon... ...nur so grob geschätzt. Ähm... So, und jetzt... Jetzt muss ich wieder nach rechts, hä? Ach, jetzt leh ich mich mal mit dem großen Fieder hinten an. Also, ist... Ja, okay, Level 5. Das geht. Das kriegen wir kaputt. Stirb, stirb, stirb! Ich habe es getotet. Ohohoho. Small, ich hab Eier gekriegt. Ohohoho. Ich hab Eier. Ich hab Eier gesagt. So, diesmal müssen wir aber wirklich nach rechts. Das heißt, wirklich. Ich muss wieder nach rechts. So, aber da nehmen wir das Kerlchen hier noch mit. Das putzige Kerlchen. Das jetzt kapiert ist. Dank. So, jetzt ist es aber auch mal gut mit den Eiern. So, wie haben wir denn hier? Einen Krogat. Wollt ihr mich verarschen? Krogat oder was? Hä? Ach, und da ist ein Questgeber. Yay, Questgeber! Apprentice Rallon. Oder Rallon! Speak to Apprentice Melodon, ever sung woods along the road, heading south from Sylvan. Okay. Mach ich jetzt einfach mal. Ähm... Ja, da müsste ich jetzt... Ach komm, zwei Meter kann ich jetzt auch noch gehen. Zu dem kleinen Fragezeichen da hinten. Ich denke mal, das schaffe ich schon noch. Da hinten ist er ja. Ja. Das packe ich. Vor allem, ich glaube... Oh, müsste ich jetzt... Ach, scheiß drauf. Egal, ich kümmere mich jetzt erst mal um das Kerlchen hier, der hier so alleine in seiner Brücke, sein Leben lebt. Äh, they're gone now. Scared the bridge out of bla bla bla. Okay. Ich musste... Ach, scheiße. In ever sung on sea to search the water beneath the bridge nearby and bring him until... ...irgendwas scheiße ich drauf. Ja, kann ich machen. Ähm... So. Also hier. Nummer eins. Und da muss ich... Genau. Ja, ich denke mal, da könnte ich noch hinlaufen. Ähm... Und irgendwo hier ist dann die eins. So ist die eins. Ich hab keine Ahnung, wo die eins ist. Ach, die ist da oben. Ne. Da lade ich jetzt nicht an. Ich bring... Ich geh jetzt erst mal dahin. Mal schauen, wie mir auf Unterwegs so alles begegnen. Unter einem... Einen... Einer Libellendrache oder so. Irgendwie sowas fühle ich. Apropos Libellendrache, fällt mir so ein. Äh, weil ich hier die ganzen Viecher so sehe. Die erinnern mich an was. Und zwar an diese, äh, komischen... Was weiß ich, was das für Viecher waren. Ähm... Diese Flugviehis aus Avatar. Aufbruch nach Pandora. Übrigens. Also ich muss sagen, das war ein klasse Film. Ich würde... Ich würde vielleicht sogar so weit gehen, zu sagen, dass das mein zweiter Lieblingsfilm ist. Ne. Also zumindest wenn man... Ähm... Danach geht, wie oft ich den Film jemals gesehen habe. Erst... Mein absoluter Lieblingsfilm ist nämlich, muss ich sagen, äh, sowohl von, ähm... Von der Anzahl, wie oft ich ihn gesehen habe, als auch, ähm, vom Gefallen her, ähm, ist... Project X. Also, in dem Fall, äh, ähm... In dem Satz, oder in dem Atemzug, je nachdem, wie man es sagt, ich bin nicht so ähnlich gut in Deutsch, zumindest momentan nicht, ähm, in dem Satz muss ich sagen, äh, einen großen, großen Dank... Ach, mit dir muss ich sprechen, interessant. Einen großen Dank an den lieben Herrn Elotrix. Der hat mich nämlich auf Project X gebracht, äh, dass ich mir den angeschaut habe. Das ist doch interessant, was ich hier halt so alles kriege. Was soll ich mir hier nehmen? Ähm... Lee Keeper Vilanja, Once you to kill five mana, irgendwas, ein five mana Stalkers, irgendwie able to choose one of these, Lee Keepers Blade. Äh... So, ähm... Ah, geil, kriege ich sogar mehr, der Mensch drauf ist ja geil. Ja, dann würde ich mal sagen, akzeptiere ich das mal und schaue was, äh, wo ich jetzt sonst noch hin muss. Ähm, so. Ähm, und, äh, ich denke mal, muss ich dazu sagen, ich denke mal, dass man verdammt viele Titten sieht in, ähm, Project X, zumindest in der Bank Cut, oder Directors Cut, oder wie auch immer das heißt, Version, die ich, ähm, besitze, äh, beziehungsweise die ich gesehen habe. Ähm, meinem Freund, ja, in der sieht man verdammt viele Titten. Es ist übrigens auch eine Szene dabei, mit dem Kameramann da, äh, wo er sich so selbst filmt, so Podcast-mäßig irgendwie sowas. Ähm, so ab und rechts. Ähm, die in dem normalen Kino, in der Kino-Version, die wurde, die rausgeschnitten. Äh, die ist in der Directors Cut Edition, ist die dabei. Ähm, paar Archen. Wo soll ich jetzt hin? Ah, einfach da lang. Ein Kuss an. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Scheiße. Naja, äh, wo sind die zwei, ich spreche nochmal? Und die ist da hinten. Ewa. Ähm, ich glaube, ich muss zu dem Kerl schon dahin. Ich entferne mich. Da muss ich wohl, ach, dann werde ich wohl zu dem Cashen da unten hin müssen wieder. Fick dich. Äh, Oh, ich hab stehen geblieben. Ja, und man sieht natürlich viele Tippen. So. Elemente, Grimoire. Keep looking. Keep looking. Keep looking. Wie sowas. So, dann muss ich den ganzen Weg nochmal. Oh, nee. Äh, Arcane Instability. Interessant. Äh, und jetzt, ach, keine Ahnung, wo ich hin muss. Scheiße, jetzt einfach mal drauf. Geht's hier bei dem Fluster. Das ist ein so. Ich glaube, schneller. Auch wenn ich durch einen Fluss schwimmen muss. Was mich schon immer interessiert hat, kann ich hier auf die Blätter stehen? Oh, nö. Scheiße. Man kann sogar aus dem Wasser springen. Moment. Delfin. Yay. Oh, scheiße. Ich tue die Luft aus. Das wusste ihr gar nicht. Das bei einem so unrealistischen Spiel wie bei TheFarCraft, hätte ich jetzt gedacht. Coppervein. Oh, interesting. Dass es nicht so alles gibt. Nein. Ich bin auf der falschen Seite. Ich bin zwöl. Ich hab kein Beil. Ähm, Arsch. Jetzt werde ich wahrscheinlich auch noch von dem Drecksfeder angegriffen. Oh, fick dich. Na, war klar. So. Ich hau dir jetzt einfach mal meine Axt über den Schädel so richtig schön bach, bach. Weil gespaltet und Co. Was mir halt so alles einfällt. XP 60, seit wann kriege ich 60 XP für einen so ein Drecksfeder. Naja, mir soll's recht sein. Dann steige ich schneller im Level auf. Und er lerne eventuell sogar schneller Sachen. Du. Mana Breath. Soll ich von denen nicht? Mana Breath Slain. Achso. Ah, genau. Die Viecher muss ich ja umbringen. Na, du Nutek. Komm her. Yeah. Was? Fairy Fire? Was labert der? Ich hab grad keine Ahnung, was der von mir will. Egal. Einfach immer draufkloppen, dann ist alles gut. Ah, perfekt. Und Mana Stalker. So, was ist das denn hier? Ah, Mana Stalker. Genau, dann kümmere ich mich immer um den. So viel Klatsche hier. Na, komm her. Komm her. Ja. 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 Und voll auf die Fresse. Und da mal Notte. Ja. Crystalized Mana Residue. Hört sich interessant an. Na, komm her. Yeah. Ich kipp's dir, du dumme Nutte. Oh, ja, du Mana. Mana, Mana. Mana irgendwas. Wird mich mal interessieren, was Mana Breath auf Deutsch heißt. So, ja. Na, na. Na, du dumme Nutte. Ja. Ich hau dir meine Axt mal in deinen kaputten Körper rein. Was auch immer du sein magst. Du Nutte. Ja. Gesieht habe ich. Mana Residue. Crystalized Mana Residue. So. Sonst habe ich ja hier alles. Okay, was kenne ich noch hier? Von dem muss ich noch zwei kaputt machen. Den und den würde ich sagen. So. Wieso sind seine Hände grün? Das macht mir Angst. Auf grün zu leuchten. Achso, dass du mal dieses Mana Residue oder was das ist sein. Nein, wurscht.